Dynamo! Schön, dass ihr wieder da seid, Dynamo-Fans. Hallo, liebe Dynamo-Fans. Wir haben euch sehr vermisst und freuen uns, dass ihr endlich wieder im Stadion seid. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich weiß, das letzte Jahr war für uns alle sehr, sehr schwierig. SGD, für dich alles geben. Dynamo, du bist unser Leben. Wir haben eure Unterstützung zu jeder Sekunde gespürt und wir für unseren Teil freuen uns extrem, euch wieder im Stadion begrüßen zu dürfen und es zu spüren, wie ihr uns von den Regen anfeuert. Du, 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 du. Wir sind der zwölfte Mann. Aufkommt heute an. In diesem Sinne, wir zusammen zweite Liga. 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 Auf geht's Dresden, kämpfen und siegen. Dynamo. 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 Ich liebe dich, Dynamo. Und jetzt hauen wir Ingolstadt weg.